Ich hab mein Set-Play-Style geändert, ich war früher immer, ich hab früher immer die Q zuerst dort geskillt, jetzt die E, weil W-E macht halt einfach Sound-In-Range, das hat einfach besser. Ähm, die haben Double-Teleport, gell? Ja, ich weiß. Was ist das denn? Ich weiß noch nicht, wer ist das denn? Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. ich trinke ein schlöppel boah, der hat mir sofort in die fresse, alter aber ich putze wegschauen, was ich trinke schlöppel Ich bin flawless aus den Dingern raus. Was man, seh ich. Und ja, naja, kann ich schaffen. Hast die, ich weiß gar nicht was die alle an den Filmten. So toll finde ich die nicht. Ich auch nicht, aber das ist auch nicht schlecht. Wirst du mal kommen? Du brichst die ganze Zeit ab. Du fragst ob du mal kommen willst, all die Gank. Ich... Udi ist bei dir. Talia kommt. Nee, kommt doch nicht. Kommt. Ich hab in den kompletten Red gesteilt mit Erfahrungspunkten. Loll, warte mal. Kann man nicht, also ich nicht. Ich blick das. Mann, ich hab Spider Shurriken. Okay. Talia kommt, Talia kommt. Jo, ich bin weg. Mann, ich hab schon wieder meinen Wardskin vergessen. Ich spiel Talia öfter. Hab ich sowas gefühlt? Das ist jetzt so geil. Ich kann auch nicht mehr sehen. Ja, du, der Barsch. Boa, du. Ich entscheide mich. Ich kann nicht mehr. Oh, neuer Botline. Ander King. Beide Supporter Kim bei der ADK. Die ist um und bald tot. Die hat Flasher. TP dabei. Kannst du mal deine E? Ja, Ander King. Habt ihr mich gesehen, oder was? Ja, denke wir müssen. Weil wir haben das Wettbewerb und dann würde ich da nicht sehen. Aber hier, man. Hier. Ich clear mal meinen Jungle komplett. Hab sie fast gekillt, alter. Der hatte unter 100, äh unter 50 AP. Stimme Bitch. Oh shit, ah. Der hatte der Fall. Calculiert. Huh? Calculiert. Italien UTP. Gehört? Ja. Flash hat sie doch. Wobei sie fast... Geht so immer auf die Botlane. Ich hätte sie ignited bei meiner Leftlist Mode. Schwule Sau, ich kam nicht hin. Ich hätte es so early machen müssen. Eigentlich finde ich es gut, wenn du mit der E Ratsch hast als Spinne und dann nicht. Ja, aber dann muss ich ja wieder warten, bis ich in die Dinge komme. Ja, darum sollte... Ne, ne. Du musst halt schon lange hinlaufen, oder nicht? Ich geh schon immer in die Spinne zum Laufen. Ja, ich meine, damit du mit E Ratsch springen kannst. Egal. Du dir zockt. HDSS. Gnade überlebt. Jeden. Woh. Ich hab' die Flesche. Anja. 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 Woh. Anja. 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 Hätte ich gleich die Ult gedrückt, dann wäre ich geizig gewesen, hätte ich jetzt nicht meine Summoner-Familie Anfängerfehler Ja, wie ist der Hegering, lieber einmal zuviel die Ulti benutzen Niemals einmal zuviel, sagst du Liebe einmal zuviel Ja Weil ne Ulti hat halt ein cooldown von einer Minute, Flash hat halt 5 Super schon Ich dachte, ich hab Q, äh B geplaced E reingehauen und Qs reingehauen Aber da ist Spaß von dem weggeflasht Das ist eh das Das hab ich nicht wegsetzen Throw another roll, kalt die Fritzes Brauch noch 300, gehalt Spotline, Digga Ich kalt auch K, bis dahin bist du schon lange da Ja, ich hab keine Lust Ich komm trotzdem mal Wo dir? Oh, ja ok Ich will Flash kill Flash hat den Kill bekommen Ah ok Die Truth lies in darkness Leider hab ich Flash nicht bekommen Ich hab nen Rekord Der meine schon gesagt Digga, wenn der Chiller noch ein bisschen rumspielt, fick ich den Ja, da hat er sich nicht Hat er mich nicht entspricht, wenn es nie gesehen Ich hab nicht mehr Ulti Und Zum Glück Da hab ich mal der 300 Gold So, nein Tadion pusht halt Oh Gott, Topline fast tot Ist der Tor-Dive oder was? Der ist so tot Der ist so tot LOL Der Quicksal ist aus Absicht gemacht Ne, scheitbar nicht He Der ist boosted Ich dachte auch Ich dachte auch ein großer Leute Die hat W, R, E und W Aber das ist ja scheiße Hey Moritz Der Red von dem ist ab Wenn er gleich kommt Musst du kommen, ja? Ich bin zwar ziemlich schauer bei dir Digga, warte Ulti ist ab, ne? Oh Oh Kann ich? Ja, ja Hab ich mit der Ego-Tack Scheiß drauf Digga, einfach weggetrappt Den Bastard Jo, warte, wir gehen jetzt auf die Talia Ich hab kein Kein Ne Wenn die Ulti hat Ich sie auch Ich konnte echt nicht mehr tanken, Alter Soja, da haben wir doch gut Kai geredet, Mann Ja, schreib ich jetzt auch Aber die haben den Flash cooldown reduziert Nein, der war doch sonst immer bei 300 Ah doch, der ist bei 300 Da hatte ich vorhin einen Grafikfehler Weil der wurde mir ja dauernd 255 wie Teleport angezeigt UD ist vielleicht von da So, der war beim Red, ja? So, der war beim Red, ja? Wo ist seine? Jo Easy, haben wir's ja abgeräumt, Alter Dass die da auch so deep drin war, wenn wir da grad erstens so gekillt haben, war halt auch echt los Jep Jep Du der Top Der gankt wie ein Spass Ich hab kein Ult, aber ich komm auch W in 5 Ein Daseut des Teams Ey, warte mal Lass dich mal catch'n im Jungle wieder Wen? Udia Ich hab keine Rush Ich hab keine Rush Ja, ich auch nicht Rush Talia, 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 Talia Ne, Toplane, Mann Bitch, ja, ich dachte, die kommt Ey, klar, F Udia, F Da ist ein Pink Wo ist der? Lass mich auch Sorry, zu late Da ist ein Pink Ward, ja? Ja, wo ist der Mauker hin? Der war... Ich hab Ult in 8 Da ist er Ich weiß, sag ich doch Ich hab grad den Pink Sorry, Mann Ich hätte es mir locker zu Fort lassen können Ja, sorry, wirklich Äh, ne, wir schaffen ihn hier halt nicht Du den... äh, klar, du den Pink auf Top Du hast den Pink gemacht? Ja Ich hab trotzdem da ein Wort Schaff' ich die Talia? Weiß nicht, steht nur eins Ich glaub, die geht auf Bord, Alter Super Drake, schonmal Drake Ja Talia Mitte Ich glaub, ich ulti die gleich Ne, hat dann Worte gern Geh mal weg Sonst kratte ich sich nicht Wow Boah, das wärs jetzt, Alter Ich wärs so instamp da gewesen Udia, 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 Udia Udia, Udia NrM, wir sind hier Fis... ... Ich hab auch keinen Get-Grade, ich glaub, der kommt direkt von partly Precious, but, yeah Udi is bei mir, Precious Da ist ne Ping Udi is bei mir Ehm, mit 2 Red Ist das behindert? V-Kerde, Udi rütt Udi Udi Ich, Talia ist hinter dir, ich komm Du bekommst nicht mehr raus Welche? Elf mir Jaaaa Oh, halt, ich dachte, es sind Zeiten zu weg, schon wäre ich tot Ich hab's aber zum Glück abgebrochen, Alter Good Job, Digga Ja, ich hab nur noch 100 zu geblendet jetzt Aber Gnar hätte back gehen müssen, Alter, was macht der? Ich hab ihn so gepinkt, Alter, du hast gesehen, wie ich gespannt habe Ja, klar Ey, nimm mal Red, bitte Jaa Ja, das hast du mir grad schon geboten, aber Ich wollte halt schon bleiben Ne, das war schon richtig, nur halt, damit sie nicht kommen, der Jungle Ja, klar Ey, wir könnten Drake mal starten, auch so, ne? Ja, passt Also, okay, so Das könnte mein letztes Add sein für, äh, Z-Level 7 Wenn du so bleibst, auf jeden Fall Ja Aber da musst du noch ein bisschen farmen Ja, ja, danke für den Rudge Und ich Und ich Talia Afka Wie der J4 vorhin, Alter Ja, Mann Ist das so gut Wenn ich den einfach so abgefuckt hab, ne? Ich kann mir vorstellen, wie er geschrien hat, Alter Äh Ich glaub, der War ja schon drin UD ist bei mir UD Ich komm, aber ich hab keine UD, keine B Ich will da nicht rennen Ich will da nicht rennen Doch, es sind nur zu zweit Doch, es sind nur zu zweit Ja, ich wollte Juni, ich bin der Boss 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 Ich hab den ne Zeit lang auf der Top-Lane immer gemailt Ich hab für dich sogar den einleitenden Skin Ich bin für die den normalen Skin eigentlich recht, äh Ich bin der Boss Ich mein, der von dem Boss zu pink ist Ja, wir sollten den Tau holen Ist egal, ich kann nicht Alter Die macht damage Ich wollt eigentlich nur an den Tau gehen Huuu Ich komm Nice Fuuuck man Während er geultet hat, bin ich einfach hin, hab ihn abgeräumt Tja, das war's bullshit, Alter Boah, so läuft Boah, setz mich an Ooooooh Ja, der knallt voll wieder da Always, genau Der ist echt ein Spaß, aber dicker, der Damage auf den Ich dachte nicht, dass ich mich so lange überlebt habe Der hat wahrscheinlich geult Ja, hat er Äh, Herald, äh, kannst du one? Wobei, die machen den wahrscheinlich nicht, aber warte mal bitte Wir können den machen, du willst in einer Minute ist er down Ja, okay, ich verruf den Busch rein Ich komm schon Greif ihn schon mal bitte Ich äh, ich seh, mich seh, nimmste Zeit für die Rettballe Ich hab sogar mal gehört, dass er die schon Level 6 oder so Ungefähr, Solo, die ich gerade machen kann Das war mit den Spinnen Wir sollten abbrechen Ja, mach ich Ja, mach ich E4-3, Mann Widerfremd Ja, mach ich Wir kommen Ja, fack auf den Herald Ja, fack auf den Herald Magic Resistance Aber zuerst Grendry ins Ome Okay Äh, hier ist ein Wort Also zuerst hole ich mir erstmal eine Warm Smale und dann Digga, wir lassen das, okay, da, da, da Ja, schiss Genau und Lucien sind einfach Probleme Und du oder ich oder du spielen gut Naja, ich steh 4-3 Du machst gute Zähne Ich schätze noch Oh, Digga, hätte die mich da reingehoben In diesem Bescheid Das ist bloß, Alter Oh, das Siegel ist gut Das ist echt Noch 400 Gold, Alter Und ich kann mir meinen Bliderfremd Kaufen Oh, Digga, hier Ich kann mir meinen Bliderfremd kaufen Boah, Digga, ich will mich jetzt hasse Ich verwende mein Shadow auf einmal Kommen wir auf der Seite, Alter Oh, das ist ja Oh, das ist ja Oh, das ist ja Oh, das ist ja Ich habe mich einfach noch Gold Und die wurde gecancelt Und ich habe in dem Moment gestorben Ich geholtet Hör Wirst du red? Ich kann ja Hilfst du mir noch schnell? No, nevermind, ich mach's immer so, passt schon Danach geh' ich back So, jetzt kann ich mir mein Blade of the Ruin kaufen, dannach geh' ich auf schwarzes Ball Black Fieber Okay, wir haben Baron gewartet Ich weiß Steht auch der Pink vom Heras War ich halt? Jaja, der Pink vom Heras sag' ich doch Nein, es war Kegelett Ja, schade auch, wenn er nicht Ich warte noch 30, weil der Brandy ist oben Ey, Knais Ja, Talia Oldtop Du hast die Plastikheitsgefahr Oder nen Kill Ja, aber der ist halt echt ein Loop Der ist halt echt ein Loop Ich glaub jetzt auch wollen wir den abfacken Ja Du musst aber auch Du musst aber eigentlich auch mit der Kuh engagen Weil, äh mit der normalen Form Weil Die Kuh der Spinne macht mehr Schaden, desto weniger Leben der Gegner hat Die Kuh in der Menschenform macht mehr Schaden, desto mehr Leben der Gegner hat Okay Okay Wahrscheinlich bei Nahkampf im Fernsehen Ey, das hat ja auch was mit dem Boden Cooler Botnet Die machen Drake, oder? Ja, mach den Ja, ein Der kann ich nicht feuchen Ja, er ist immer Alter Ja, forget it LOL, nicht wirklich gestealt. Selbst gestealt, Alter. Das sind die Set Mechanics, Alter. Ich feize Maokai nicht mehr alleine, vergiss es. Ja, dann tut es vor. Der scoret hier zur Zeit, Mann. Nee, ich glaub Tier 1 ist jetzt zur Zeit. Ich glaub was hat, hat gepusht. Und wir können jetzt eigentlich nicht zollen. Wir leben gleich wieder. Aber trotzdem versuchen. Ja, klar. Als wenn ich kein S-Plus kriege, Alter. Dann liegt es aber am Farm. Ich soll zurendern, würde ich schießen. Das war's mir doch nicht mehr. Hm. Oh fuck Oh fuck What? Oh 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 Junge ich kann mir mein schwarzes Beileißen Ich frage mich jetzt ob da nur die Talia dran schuld ist Ich hab doch auf Top auf dem Bot Ja Arras Die Talia war doch eigentlich echt gut geschuld Die hat halt 4 deaths of my 11 kills Er ist sicher dass du alle Fehl bekommen hast Alle was? Sicher dass du alle Fehl bekommen hast? Nee das muss nicht sein aber Das war jetzt mit dem Fehl auf mich bezogen Ich geb Worte und Füffel was Ich geb Worte und Füffel was Ich geb Worte und Füffel was Oder einfach übe meine KD jetzt schon Ich auch Aber sterb nicht ne sonst ist dein S ganz schnell weg Ja boah die Wichser Ich kann Bot kein Triple machen Ich hab den abgehauen Ich will nur die Leifste Aaaaaaah Ist der da? Nee Doch 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 Oh Hahahaha So Wie soll alle auf Abstand gehen Wenn ich in die Mitte komme Abgezählt von Fresh Das erste Abstand ist nicht mehr Also Ich habe es leider Ich habe es gesehen Aber die sind schon Ich bin in die Mitte Ich habe es gesehen Ich bin in die Mitte Ich habe es viele Die Worte Junge, bist du da ein bisschen hätt oder bist du da einfach nur ein bisschen hättest? Haha, genau, das ist einfach nur Booster. Du hast das Team geplant. Oh ne, ich bin nicht tank. Ich bin nicht tank. Ich, aber ich kann nicht. Also wenn das kein S-Club ist, Alter, dann ist es doch. Ich bitte wirklich, lieber mal! Also, hier wird es nur noch ein paar Mal. Drei mal!